Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist so hoch wie nie seit Beginn der statistischen Erhebung im Jahr 2015. Alle sprechen nur noch von Bankenpleiten und Bankencrashs. Doch dass die Unternehmen das sind, was den deutschen Wirtschaftsmotor voranbringt, das vergessen wohl alle dabei. Ob jetzt also die große Pleitewelle kommt und die Zombies endlich fallen, das schauen wir uns im heutigen Video an. Es gibt spannende und eins vorweg auch besorgniserregende Zahlen. Deswegen unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Ich habe wirklich spannende Informationen mit unserer Wirtschaftsredaktion zusammengestellt, sodass sie wieder mal einen Schritt allen anderen voraus sind. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und Markus Krall, ein ehemaliger Kollege, der ehemalige Geschäftsführer der Firma Degussa, wurde kürzlich über 100.000 Mal geklickt in seinem Tweet. Er schrieb in diesem Tweet, es geht los, die Zombies fallen, mein Tipp an die Banken, schon mal anschnallen und die Templates für die Rettungsanträge von 2008 wieder rauskramen. Dass Markus sehr provokativ ist und dass er mit seinen Tweets oftmals den Finger in die Wunde legt, dürfte jedem, der ihm länger folgt, bekannt sein. Dass er aber damit richtig liegen wird und meiner Meinung nach auch sehr nah am Nabel der Zeit ist, möchten wir uns einmal anhand der statistischen Zahlen genauer ansehen. Denn Daten und Fakten sind doch das, was Faktenfüchse niemals liefern. Und wer das Video mit dem Faktenfuchs noch nicht gesehen hat, wo uns gewisse Äußerungen vorgeworfen werden, der schaut gerne auch mal an dieser Stelle vorbei. Dr. Markus Krall bezog sich mit seiner Äußerung auf die Zahlen der Statistikbehörde der EU, der sogenannten Eurostadt. Demnach, und diese Zahlen werden wir uns auch gleich einmal genauer anschauen, in einer Grafik, die ich dann einblenden möchte, sind nämlich im vierten Quartal 2022 so viele Unternehmen pleite gegangen, wie seit der statistischen Erhebung 2015 noch nie. Nun aber die besagte Grafik, dort sieht man auch, dass der stärkste Anstieg im Bereich Transport und Lager mit plus 72,2% zum Vorquartal verzeichnet wurde. Danach kommt die Gastronomie und die Beherbergung mit fast 40%. Besonders betroffen waren auch Luxemburg mit fast 72% zum Vorquartal, Spanien mit fast 60% und Ungarn mit 41,6%. Dazu zitierte auch die Börsenzeitung den Generaldirektor des Europäischen Wirtschaftsverbands Business Europe, und zwar Markus Beyer. Er sagt, die rasant steigende Zahl der Konkurse sei alarmierend. Die Luft zum Atmen werde vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen immer knapper. Viele Konkurse seien durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie künstlich aufgeschoben worden. Diese liefen nun aus. Und das sind die besagten Zombie-Unternehmen, von denen auch Markus Krall spricht, wo er den Banken übrigens rät, die Rettungsanträge aus 2008 erst einmal wieder aus der Schublade herauszukramen. Dass die Banken aber derzeit ganz andere Probleme haben und wie diese Umfrage unter unserer Community zeigt, viele Menschen nicht mehr daran glauben, dass ihr Geld auf dem Bankkonto sicher ist, ist auch für uns ein alarmierendes Signal. Nicht nur, dass sich das Bestellvolumen auf Shop-Seite fast versiebenfacht hat, nein, vor allem auch, dass immer mehr Menschen unsicher sind, was sie nun mit diesem Geld tun, um es kurzfristig oder auch langfristig abzusichern. Aus diesem Grund habe ich einen Praxis-Live-Notfall-Workshop ins Leben gerufen, in dem ich Ihnen aufzeige, wie wir die aktuelle Situation bewerten und vor allem Schritt für Schritt mit Gold und Silber vor Totalverlusten und Enteignungsszenarien schützen. In diesem Workshop am kommenden Mittwoch in der nächsten Woche, am 22.03. um 19 Uhr, möchte ich Sie ganz herzlich dazu einladen, dass Sie dort live dabei sind und mir dann auch Ihre Fragen stellen, damit keinerlei Fragen mehr offen sind. Damit das ein geschlossener Kreis bleibt, in dem ich alle Fragen beantworten kann, werden wir die Teilnehmerzahl auf 5000 Teilnehmer limitieren. Ich freue mich riesig, wenn Sie dort dabei sind, der Anmelde-Link ist unter dem Video. Schauen wir nun aber mal, ob Markus Krall und eventuell auch der Generaldirektor des Europäischen Wirtschaftsverbands mit der Prognose richtig liegt oder ob es hier vielleicht auch andere Tendenzen gibt, dass es wieder mal nicht dazu kommt, dass die Pleitewelle im Unternehmenssektor einsetzt. Wünschenswert wäre es. Denn das Institut für Wirtschaft Halle hat neue Zahlen veröffentlicht, die auf den ersten Blick erst einmal gar nicht so dramatisch aussehen. Denn laut diesem Institut sind im Februar die Insolvenzen zum Vorjahresmonat nur um 19% gestiegen. Was bedeuten könnte, dass dies gar keine wirkliche Alarmmeldung ist. 833 Firmen gingen im Februar in Deutschland demnach pleite. Das ist der orange Balken, den Sie in dieser Grafik sehen. Im Schnitt von 2016 bis 2019 lag diese Zahl allerdings darüber. Das ist die hellblaue Linie mit 930 Pleiten. Allerdings rechnet auch das Institut für Wirtschaft Halle mit deutlich steigenden Insolvenzen. Und zwar hat sich das Institut für Wirtschaft dahingehend geäußert, dass man davon ausgeht, dass in den kommenden Monaten die Anzahl der Insolvenzen demnach im langjährigen Schnitt sich wieder annähert. Also der hellblaue Linie, die ich gerade in der Grafik gezeigt habe, was dann auch zeigt, dass die Insolvenzen in Wirklichkeit ansteigen. Was aber viel alarmierender ist und zwar nicht die Anzahl der Insolvenzen, sondern vor allem die Anzahl der betroffenen Arbeitsplätze. Das schauen wir uns im nächsten Schritt einmal an. Und zwar zeigt hier auch das Beispiel Pik und Kloppenburg wieder einmal beträchtlich, wie schnell es einem derartig großen Unternehmen gehen kann. Der Modehändler Pik und Kloppenburg hat Insolvenz angemeldet, 6800 Arbeitsplätze und 67 Filialen bundesweit sind betroffen. Auch hier muss ich ganz klar sagen, die Betroffenheit meinerseits ist ebenfalls groß. Ein derartig etabliertes Unternehmen, bei dem ich selbst Kunde war, nun mit Insolvenzschildern zu treffen, das tut richtig weh. Dass Pik und Kloppenburg nun aber einen Rettungsschirmantrag oder ein Schutzschirmverfahren beantragt hat, zeigt auch, dass man aus Unternehmenssicht die Schuld beim Staat sucht, wo ich sie auch ganz klar sehe. Denn der Grund laut Pik und Kloppenburg ist, dass die Umsatzeinbußen von 30% in der Corona-Zeit und aktuell die geringen Umsätze aufgrund der Inflation bei Seiten der Regierung und des Staates liegen. Und genau hier würde ich auch mit dem Finger hinzeigen, denn die Kandidaten Habeck, Scholz, Lindner und wie man sie alle beim Namen nennt, genau wie die Vorgängerin Angela Merkel, haben dieses Fiasko eingeleitet und machen es noch viel schlimmer damit, dass man nicht daran interessiert ist, die Nord Stream Pipelines schnell wieder zu reparieren, um die Energiekosten in Deutschland, die explodieren, langsam wieder zu senken. Nein, es geht vielmehr darum, nach und nach den deutschen Wirtschaftssektor zu zerstören und die Industrie zu deindustrialisieren. Um also den besagten Punkt nochmal aufzugreifen und nicht die Anzahl der Insolvenzen, sondern vor allem die Anzahl der betroffenen Arbeitsplätze aufzugreifen, schauen wir uns einmal an, wie viele Arbeitnehmer von diesen Insolvenzen betroffen sind, das hier in der nächsten Grafik zu sehen. Und dort kann man dann sehr, sehr gut erkennen, dass die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer deutlich anzieht, speziell seit Oktober, aber auch im November und im Dezember. Alleine im Februar waren es auch 11.600 Arbeitnehmer, die betroffen sind. Das heißt, es gehen deutlich mehr große Arbeitgeberbleite, die eben viele Menschen beschäftigen, als zuvor noch viele kleine Unternehmen, vielleicht auch Einzelkämpfer, die in dieser Statistik zwar auftauchen, als pleite, aber in Wirklichkeit keine großen Löcher in die Wirtschaft, was die Arbeitnehmerzahlen betrifft, reißen. Und genau diese Entwicklung ist laut dem Institut für Wirtschaft Halle die besorgniserregende dabei. Wir müssen uns also die Anzahl der Beschäftigten anschauen, die nun ihre Arbeitsplätze verlieren und dem Staat auch kurzfristig auf der Tasche liegen werden. Zu Recht, der Staat hat dies verantwortet, nur werden auch hier die Sozialkassen immer weiter unter Spannung geraten. Auch Galeria Kaufhof hat gerade für Aufsehen gesorgt und zwar möchte man 52 Filialen schließen. Dies sei nun beschlossen. Mehr als 4.000 Beschäftigte sind davon betroffen und werden nun ihren Arbeitsplatz verlieren, nach langfristigen Verhandlungen mit den Vermietern, um dann entsprechend die Konditionen zu drücken. Das ist ein ordentlicher Kahlschlag für die deutsche Wirtschaft. 77 Filialen werden noch weiter bestehen. Hier ist allerdings auch die Zukunft offen. Also ist es noch nicht klar, ob Galeria Kaufhof auch diese 77 etwas größeren Filialen in der Zukunft bestehen lassen wird. Und auch laut der Kreditreform gibt es neue Erkenntnisse, denn der durchschnittliche Zahlungsverzug steigt auf einen neuen 7-Jahres-Hoch. Etwa 11 Tage Zahlungsverzug sind nun bei den Unternehmen verzeichnet worden, was auch zeigt, dass die Unternehmen Liquiditätsprobleme haben. Bei vielen Unternehmen reicht nämlich der Gewinn nicht mehr aus, um die Schuldzinsen zu begleichen. Ähnlich wie wir es auch bei den Vereinigten Staaten sehen, wenn man den Leitzins anhebt, kommt man natürlich schneller in die Schuldenspirale, kommt schneller an die Schuldgrenze, muss diese dann wieder per Gesetz erhöhen. Oder was wir gerade sind, treibt die Banken dann in den Engpass, dass wenn die Menschen ihr Geld dort abziehen und die Banken schnell Liquidität brauchen, dass man die Staatsanleihen verkaufen muss mit hohen Milliardenverlusten, die nun deswegen im Verlustbereich liegen, weil wenn man sie nicht auslaufen lassen kann, bis zur entsprechenden Endfälligkeit, muss man diese Verluste realisieren. Das ist das, was dafür sorgt wird, dass mittlerweile die dritte Bankbleite ist und ich bin sehr sicher, dass es nicht die letzte Bank bleiben wird. Auch wenn Joe Biden sagte, dass er bereits letzte Woche, also vermeintlich schon vor der ersten Bankenbleite, ein Team zusammensuchte, mit dem man sich beraten möchte, wie man zumindest die Gläubiger schützt, die Aktionäre der Banken, die lässt man im Regen stehen. Das sei Marktwirtschaft, sagte er in einem Video bei Redacted. Hier musste ich wirklich mal lachen, denn Marktwirtschaft wäre es auch nicht, ständig einzugreifen, aber dass Joe Biden ohnehin vergesslich ist und das Sleepy Joe, das ist mittlerweile jedem klar. Bei vielen Unternehmen reicht also der Gewinn nicht mehr aus, um die Schuldzinsen zu begleichen. Dies möchte ich auch einmal mit dieser Grafik belegen. Und zwar zeigt diese Grafik den Zinsdeckungsgrad der deutschen Firmen. Also der Zinsdeckungsgrad, der zeigt, wie häufig ein Unternehmen seine Zinszahlungen aus den Verbindlichkeiten, also dem, was man schuldet, im operativen Gewinn decken kann. Jetzt wird es sehr wirtschaftlich, ich hoffe, Sie bleiben dabei. Ich versuche es etwas einfacher zu erklären. Der Zinsdeckungsgrad von unter 1 bedeutet also nichts anderes, dass ein Unternehmen nicht genügend Gewinne macht, um die eigenen Zinsen zu bezahlen. In diesem Fall, wenn ein Unternehmen also nicht mehr die eigenen Zinsen bezahlen kann, um die entsprechende Verschuldung zu tilgen, spricht man auch im Wirtschaftsjargon von zombifizierten Unternehmen oder von Zombie-Unternehmen. Das, wovon nun viele Banken übrigens auch ausgehen, dass diese nun zum Kippen kommen und die Wirtschaft in eine düstere Phase reißen. Die Kreditreform spricht darüber, dass etwa ein Fünftel aller Unternehmen keine ausreichende Schuldentragfähigkeit hat. Das würde bedeuten, 20% der deutschen Unternehmen sind laut der Kreditreform Zombie-Unternehmen und leben nur noch von den günstigen Zinsen und dem billigen Geld, das wir in den letzten Jahren herangezogen haben. Wenn also der Leitzins, den die EZB übrigens am Donnerstag weiter anheben möchte, etwa um 0,25 bis 0,5 Basispunkte, wirklich weiter steigt, wird es auch teurer, Kredite aufzunehmen und man tötet diese Zombie-Unternehmen respektive, man zerstört Arbeitsplätze in Deutschland. Und dies nur auf ein einziges Ziel hinaus, nämlich, dass die Zentralbank um jeden Preis hinein in die digitalen Zentralbankwährungen kommt. Denn erst wenn wir in einer Wirtschaftskrise stehen, in einer wirklich schlimmen Wirtschaftskrise, wird es den Menschen einfach verkauft werden können, dass wir nun raus aus diesem Euro kommen, aus diesem Schlamassel und hinein in eine digitale Zentralbankwährung, in der auch jedem ein universelles Grundeinkommen angeboten wird. Das, was Klaus Schwab mit seinem Weltwirtschaftsforum schon seit einigen Jahren propagiert und auch in seinem Buch The Great Research schrieb. Ob die Zombifizierung also der europäischen Wirtschaft nun zum Verhängnis wird, wird die Zeit zeigen. Ein schwarzes Schwanereignis wäre ein spannender Auslöser, von dem ich ausgehe und schon ausgegangen bin, bevor ich mir die Zeit genommen habe, mit meinem Team dieses Thema heute zu erarbeiten. Dort haben wir dann damals notiert, dass zum Beispiel eine Bankenkrise oder eine Währungskrise ein derartiger Auslöser sein könnte. Es bleibt also weiter spannend zu beobachten, deswegen abonnieren Sie auch den Kanal und checken Sie mal, ob die Glocke daneben aktiviert ist, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben, denn wir haben sehr oft spannende Ad-Hoc-Nachrichten, die wichtig sind. Gerade am Wochenende haben wir uns die Mühe gemacht, sich ständig über die Bankenbleitenden in den USA zu informieren und wie die weitere Entwicklung ist. Denn einige Kunden von Wells Fargo, einer sehr großen Bank in San Francisco, haben bezeichnet, dass es scheinbar zu mysteriösen Ausfällen kam und keine Kontenguthaben mehr zu sehen waren. Wenn man also ein derartiges Wochenende verbringt, in Angst und Bange, ob es Montag auch in Deutschland zu einer Pleitewelle kommt, dann macht es durchaus Sinn, einem Kanal wie unserem zu folgen, damit Sie hier immer auf dem Laufenden bleiben. Also um nochmal zurückzukehren, was macht die Bundesregierung, um dieser Zombifizierung entgegenzuwirken? Sie pumpt massiv Geld in die Wirtschaft, um diese Insolvenzwelle zu verhindern. In Wirklichkeit macht man nichts anderes, als den Kaugummi weiter in die Länge zu ziehen oder einfach dem Zombie immer weiter am Nabel der Infusion zu halten und zu versuchen, das Spiel in die Länge zu strecken, damit man selbst nicht als Politiker und als deutsche Regierung den Kopf dafür hinhalten muss, was uns in der Zukunft droht. Dieses Event und dieses Szenario, dass es zu einem großen Ausfall im Wirtschaftssystem kommt, ausgelöst durch eine mögliche Bankenkrise oder durch einen anderen Schwan, steht uns allen bevor. Hier sollten wir alle die Augen offen halten und unsere Regierung weiß das. Man möchte es nur möglichst über die eigene Legislaturperiode hinausziehen und belügt uns dabei dreist. Das hat auch Olaf Scholz gezeigt, der übrigens von Wachstum ausgeht, wie Sie hier sehen können, und der übrigens auch sagte, dass es nicht zu einer Rezession in Deutschland kommen wird, entgegen der Aussage des Chefökonomens der Weltbank. Wer recht behalten wird, dürfen Sie selbst gerne mal in die Kommentare schreiben, schreiben Sie mal Ihre Meinung dazu. Selbst wenn es im ersten Schritt jetzt nicht zur großen Pleitewelle kommt der Zombies, ist eines klar, die Regierungen tun eines mit massiver Absicht und massivem Anlauf. Sie pumpen weiter Subventionen in die Wirtschaft, um dort, wo Flächenbrände entstehen, erst einmal die Feuer zu löschen, damit alles aussieht, als wäre Friede, Freude, Eierkuchen. In Wirklichkeit befeuert man damit nur eines, nämlich die Inflation, also ihre Kaufkraft, die immer weiter ausgehöhlt wird und mit der sie immer weniger am Monatsende in ihrem Einkaufswagen liegen haben. Und genau dieses Phänomen, die Inflation, ist in meinen Augen eine Enteignung durch die Regierungen an ihren Ersparnissen und das muss vermieden werden. Wie das geht, werde ich in meinem Live-Praxis-Workshop zeigen, den ich am Mittwoch nächste Woche am 22. März um 19 Uhr abhalte. Ich lade Sie dort recht herzlich gerne noch einmal zu ein, melden Sie sich gerne hier an dieser Stelle zu diesem Workshop an. Ich freue mich riesig auf jeden Einzelnen von Ihnen und ob durch die bereits dritte Pleite einer Bank in den USA nun der Domino-Effekt eingeleitet ist, habe ich in diesem Video gezeigt, dass bereits in den ersten Stunden 100.000 Aufrufe bekommen hat. Schauen Sie auch gerne dort vorbei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie aufmerksam und folgen Sie unserem YouTube-Kanal.